Wie ist das hier ausgerechnet nicht möglich? Versteh ich nicht. Sooo... Jetzt mach ich gleich... Ich kann mich immer noch nicht porten, warum nicht? Hm... Komisch. Nee, das war Fähigkeiten. Verdammt, jetzt habe ich Fähigkeiten aufgerufen. Ähm... Ich wollte Fähigkeiten, ich wollte... Missions... Inventar. Missionsgegenstände... Ich kann mich ja nirgends... Wieso kann ich mich nirgends mehr hin porten? Hä? Warum kann ich die Reise hier nicht benutzen? Verdammte Scheiße! Also erstmal zu diesem Typen, ja... Seht euch die Ware! Womit kann ich die? Die Schnauze allen! Damit kannst du die! Sooo... Nettes Teil! Näh... 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 Mmmh... Behalt... Näh... Und Näh... hat mich sehr gefreut und was besseres ja perfecto mundo oh gott die Rüstung sieht ja auch schwul aus ach das ist ein Doppel-Dichtschwert dann kann ich das Ding verkaufen natürlich das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis überzeugt euch selbst so ja okay ich mache da jetzt mal Schluss mit dem Stream für heute tut mir leid dass ich jetzt nur so kurz streame aber wie gesagt ich muss morgen wieder früh raus ich esse jetzt noch was und dann muss ich sowieso weit wie Appen gehen wünsche ich euch noch viel Spaß bei anderen Streams zu schauen morgen gibt es einen längeren Stream ab Montag dann muss ich dann mal schauen was es zu Streamen gibt weil ich werde dann wieder mein PC aufgepeppt haben dann werde ich vielleicht entweder Dragons Profit machen oder no Dragons Profit mache ich eher in Let's Play weiter aber scheiße mein Let's Play sind ja auch alle futsch scheiße verdammt naja das ist Pech ähm was wollte ich gerade sagen äh ja ich musste mal gucken was ich streame aber ich denke mal es wird morgen wieder Star Wars sein Sonntag muss ich schauen und die anderen Tage einfach auch mal schauen ist eben alles spontan was ich da einfach streamen werde zum Beispiel ich wollte jetzt auch schon lange Warframe streamen die neue Questreihe aber dann hatte ich bisher auch noch geile Zeit für ich habe mir jetzt endlich die Quest schon geholt aber ich habe sie noch nicht angefangen na gut egal ich wünsche euch noch viel Spaß bei anderen Streams zu schauen wünsche euch eine gute Nacht schon mal okay ist ein bisschen früh wäre ich eine gute Nacht wünsche auch egal wünsche euch noch einen schönen Abend und äh sage dann mal noch viel Spaß bis dann Ciao Ciao Ciao